Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn ich Apple-Aktien vor, sagen wir mal, 10 Jahren gekauft hätte, dann hätte, zumindest bis zum heutigen Tag, sich ihr Gewinn um 2390% gesteigert. Das hört sich natürlich erstmal gigantisch an, aber, liebe Zuschauer, es kommt noch besser. Es gibt nämlich noch wesentlich bessere Unternehmen, die viel, viel besser auch hier performt haben. Also vergessen Sie einfach Apple, wir werfen jetzt mal hier in der Zusammenfassung einen Blick auf die Unternehmen, die in den letzten 10 Jahren wirklich alle anderen abgehängt haben. Wir sehen Apple eigentlich hier schon bei diesen 5 als Schlusslicht mit der Steigerung von 2390%. Lassen Sie uns aber mal wirklich zu den gigantischen Unternehmen gehen. Wir sehen hier Keurig Green Mountain Coffee, dieses Kaffeeunternehmen. Da hat sich in den letzten 10 Jahren hat man sich hier tatsächlich mit 6850% gesteigert. Gar nicht so weit davon entfernt sehen wir hier Monster Energy, Monster Beverage. Das ist so, ja, das US-Pondor, was die Energydrinks angeht, das US-Pondor zu Red Bull. Da hat man eine Steigerung von 5300%. Wenn Sie also vor 10 Jahren die Papiere von Monster Beverage gekauft haben, dann konnten Sie wirklich hier ordentlich absahnen. Priceline, dieses Online-Reiseportal, da hatten wir eine Steigerung von 4.120%. Dann geht es direkt weiter mit Netflix. Netflix ja jetzt auch seit einiger Zeit bei uns in Deutschland, dieser Streaming-Dienst. Auch da hat man wirklich spitzenmäßig performt. Wir haben hier eine Steigerung von 3.390%. Und dann erst kommt Apple, wobei man ja sagen muss, gut, Apple hat wirklich das Ganze spitzenmäßig absolviert, aber eben nicht am besten. Lassen Sie uns aber diese Unternehmen nochmal im Detail etwas näher anschauen. Wir starten hier mit dem absoluten Durchstarter, muss man sagen, mit Keurig Green Mountain Coffee. Wir sehen hier im Prinzip zwar nur den Jahreschart, sehen auch heute, wir sind fast 1% im Plus. Aber lassen Sie sich das bitte mal auf der Zunge zergehen. 6850%, wenn Sie eben vor 10 Jahren mit dabei waren. Wenn wir uns auch mal den zweiten Platz anschauen, also Monster Beverage, dieser energiegeladene Drink, so kann man es ja tatsächlich nennen. Da waren wir hier bis zum August, im Prinzip in dieser Seitwärtsposition. Danach hat man sich aber schön nach oben gearbeitet. Bei Monster Beverage 5.227% Steigerung in den letzten Jahren. Priceline, hier können Sie natürlich nicht nur günstig Ihren Urlaub buchen, hier können Sie auch von den Papieren profitieren. Da sehen wir ebenfalls ein Plus. Wir sind zwar jetzt ein bisschen am Wackeln, aber in den letzten 10 Jahren hat man hier wirklich drastisch zugelegt. Aktuell ist der Kurs bei 894,02 Euro. Hier hat man sich 4.117% gesteigert. Netflix, gerade schon angesprochen, dieser Streaming-Dienst, ganz frisch auch bei uns in Deutschland. Gut, da sehen wir jetzt ein bisschen rote Zahlen. Allerdings muss man sagen, diese roten Zahlen, da kommt man eben einfach wieder ein bisschen zurück von diesem absoluten Höhenflug. Davor hat man, ja ich sag mal so ein bisschen Probleme, möchte ich nicht unbedingt sagen. Aber man ist hier auf den europäischen Markt gegangen und da war schon die Konkurrenz wirklich sehr groß. Beispielsweise Maxdome hier als Streaming-Dienst vertreten. Dann hat man diesen Sprung im Januar eben nach oben gemacht, 392,38 Euro für Netflix, also aktuell und vor 10 Jahren gekauft. Dann hätten Sie jetzt ein Plus von 3.398%. Auch auf Apple werfen wir noch einen Blick, liebe Zuschauer. Das iPhone wirklich der absolute Kassenschlager. 74 Millionen Mal hat Apple das iPhone in nur einem Quartal verkauft. Also wie gesagt, ein Gewinn von 18 Milliarden Dollar in einem einzigen Quartal. Apple super aufgestellt, heute ein Plus von einem halben Prozent. Hier sind wir aktuell bei 102,97 Euro. Jetzt denkt man sich natürlich, naja, die Wall Street, das ist weit, weit weg. Also US-Aktien, vielleicht ist das auch für Sie so ein bisschen fremdler und Sie sagen, das traue ich mich nicht so ganz. Aber wir haben natürlich auch bei uns am deutschen Markt für Sie die besten Aktien rausgesucht, die im Prinzip seit 10 Jahren am besten performt haben und die höchste Steigerung haben. Sie sehen schon ganz deutlich, hier kennen Sie, wir vergleichen das natürlich immer zu Apple. Wir sehen Apple nochmal mit 2.390%. Aber schauen Sie sich bitte Wirecard an. Haben Sie vor zehn Jahren Wirecard Papiere gekauft? 2.940% geht es hier nach oben in den letzten zehn Jahren für das Technologieunternehmen. Dann etwas abgeschlagen davon mit 1.890% sehen wir Dialog-Semikontakter. 1.420% hätten Sie hier gehabt oder haben Sie vielleicht sogar, wenn Sie sich für Kencom entschieden haben. Kencom, ebenfalls ein deutsches Unternehmen, der IT-Dienstleister auch bekannt. Und wenn wir dann mal schauen, immerhin drillisch mit 970% in den letzten zehn Jahren. Auch hier schauen wir uns natürlich die Aktien nochmal im Detail an und starten direkt mit Wirecard, also mit diesem Spitzen-Performer. Also weg mit den US-Werten und her mit den deutschen Werten. Wir sehen auch hier die Jahreschart. Und Sie sehen schon, seit dem November kann sich das Papier von Wirecard wirklich deutlich nach oben absetzen. Auch beim nächsten deutschen Unternehmen, bei Dialog-Semikontakter, da sehen wir heute gut leichten Rückgang. 34,10 Euro bei Dialog. Kencom in den letzten zehn Jahren 1.422% heute. Ebenfalls ein Plus und zwar ein Plus von 0,7% und die letzte deutsche Aktie, Drillisch, der Mobilfunkanbieter. Gut, da sehen wir heute auch ein Minus. Aber seien wir ganz ehrlich, 966% in den letzten zehn Jahren, das ist wirklich nicht zu verachten. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen hier den Mund wässrig geredet, wie viel Gewinne man tatsächlich in den letzten zehn Jahren mitnehmen konnte. Und es heißt ja noch lange nicht, dass das auch das Ende der Fahnenstange ist.